im walde der gemeindevorsteher wollte sich eben zu tisch setzen als man ihm meldete daß ihn der wildhüter auf dem gemeindehaus mit zwei gefangenen erwarte er ging sofort hin und sah in der tat seinen feldhüter vor sich den alten ostür der mit ernster mine ein älteres ehepaar aus der stadt bewachte der mann ein beleibter herr mit roter nase und weißen haaren schien sehr müde zu sein während die frau ein kleines weibchen im sonntagsstaat rund dick mit leuchtenden wangen herausfordernd den hüter der gerechtigkeit betrachtete der sie gefangen genommen der ortsvorsteher fragte was ist denn los ostür der feldhüter machte seine aussage er war früh zur gewöhnlichen stunde ausgegangen um im gehölz von champois bis zu der grenze von argenteuil seinen patrouillengang zu machen er hatte auf dem felde nichts besonderes bemerkt es war schönes wetter gewesen und das getreide stand gut da hatte der junge bredell der in seinem weinberger arbeitete ihm zugerufen eh ostür gehen sie doch mal an den waldsaum gleich am ersten gebüsch können sie ein taubenpärchen finden die sind zusammen wenigstens hundertdreißig jahre alt in der bezeichneten richtung war er davon gegangen in das unterholz getreten und hatte dann worte und seufzer gehört die den verdacht erregten dass es sich um ein sittlichkeitsvergehen handelte er war also auf knien und händen als hätte er einen wilddieb abfassen wollen noch näher herangeschlichen und hatte das hier stehende ehepaar gerade in dem augenblick abgefasst als es sich seinem treiben überlassen der ortsvorstand betrachtete ganz erschrocken die schuldigen der mann mochte wohl sechzig jahre zählen und die frau mindestens fünfundfünfzig er schickte sich an sie zu verhören indem er zuerst das wort an den mann richtete der so leise antwortete dass man ihn kaum verstand wie heißen sie nicolo bourrin ihr beruf posamentier rue des matières in paris was taten sie da im walde der posamentier schwieg senkte die blicke auf seinen dicken bauch und legte die hände glatt auf die schenkel der ortsvorstand begann von neuem bestreiten sie was der beamte ausgesagt hat nein sie gestehen es also zu jawohl was haben sie zu ihrer entschuldigung vorzubringen nichts wo haben sie ihre mitschuldige kennengelernt sie ist meine frau ihre frau jawohl ja leben sie denn nicht zusammen in paris jawohl wir leben zusammen ja aber erlauben sie mal dann sind sie verrückt ganz verrückt sich hier auf freiem feld um zehn uhr morgens abfassen zu lassen der krämer weinte beinahe vor scham und murmelte sie hat's gewollt ich habe ihr ja gesagt dass es eine dummheit ist aber wenn ein frauenzimmer was im kopper hat wissen sie dann hat sie es nicht anderswo der ortsvorstand der gern einen witz machte lächelte und antwortete in ihrem fall scheint mir gerade das gegenteil richtig zu sein sie ständen nicht hier wenn sie es nicht anderswo als im kopfe gehabt hätte da ward herr borin böse und wand sich gegen seine frau siehste was du mit deiner poesie angerichtet hast nun sind wir schön reingefallen jetzt kommen wir noch vors gericht in unserem alter wegen sittlichkeitsvergehen und da können wir nur gleich unsere bude zumachen das geschäft verkaufen und in eine andere stadt gegen ziehen da sitzen wir schön drin frau borin stand auf und gab ohne ihren mann anzublicken ohne verlegenheit und ohne falsche scham beinahe ohne zögern folgende erklärung ab mein gott hervorstand ich weiß ja dass wir uns lächerlich gemacht haben wollen sie mir erlauben wie ein advokat über meine sache zu sprechen oder vielmehr wie eine arme frau und ich hoffe dass sie uns so entlassen und uns die schande einer anklage ersparen werden vor langen jahren als ich jung war habe ich eines tages hier in der gegend die bekanntschaft des herrn borin gemacht an einem sonntag war es er war kommis in einer kurzwarenhandlung und ich laden mädchen in einem konfektionsgeschäft ich erinnere mich dessen noch als ob es gestern gewesen wäre ab und zu kam ich sonntags hier heraus mit einer freundin mit rosa leweck mit der ich in der rue pigalle zusammen wohnte rosa hatte einen schatz und ich nicht er kam mit uns hierher eines sonnabends erklärte er mir lachend daß er am nächsten tag einen kameraden mitbringen würde ich verstand schon was er wollte aber ich sagte das sei unnütz denn ich war anständig hervorstand am anderen tage trafen wir in der eisenbahn herrn borin damals sah er recht gut aus aber ich war entschlossen keine dummheiten mit ihm zu machen und ich tat es auch nicht wir kamen also nach baison es war prachtvolles wetter ein wetter das einem herz im leibe lacht mir wird nämlich wenn es so schön ist heute noch genauso wie damals ganz närrisch dass ich gleich heulen könnte wenn ich in der natur bin werde ich ganz verdreht das grün der gesang der vögel das getreide das sich im winde bewegt die schwalben die so schnell durch die luft schießen der duft der wiesen des moons der gänse blumen all das macht mich ganz verrückt das ist wie wenn man champagner trinkt und ist ihn nicht gewohnt kurzes war wundervoll hell freundlich dass das auge gar nicht genug sehen konnte und man mit tiefen zügen die luft einsog rosa und simon küßten sich alle augenblicke ich musste das immer mit ansehen herr borin und ich schritten hinter ihnen her ohne ein wort zu sprechen wenn man sich nicht kennt weiß man nicht zu sagen er sah schüchtern aus und mir machte es spaß dass er so verlegen war da kamen wir an das kleine wäldchen dort war es frisch wie in einem kühlen bade und wir setzten uns ins gras rosa und ihr schatz hielten sich darüber auf dass ich so ernst reinschaue aber wissen sie ich konnte doch nicht anders und dann fingen sie wieder an sich zu küssen als ob wir gar nicht da wären und dann flüsterten sie miteinander standen auf und gingen ins gebüsch ohne ein wort zu sagen sie können sich denken welch törichtes gesicht ich wohl gemacht habe dem jungen mann gegenüber den ich zum ersten mal in meinem leben gesehen ich war so verdutzt als die beiden anderen einfach davon gingen dass ich plötzlich mut bekam und anfing zu sprechen ich fragte was er triebe er war kommiss bei einem kurzwarenhändler wie ich ihnen vorhin gesagt habe wir sprachen also ein paar augenblicke miteinander da fasste er mut und wollte unternehmender werden aber ich habe ihm tüchtig den standpunkt klar gemacht ist nicht so borin herr borin der verlegen auf seine füße blickte antwortete nicht sie fuhr fort da begriff der junge mann dass ich anständig sei und fing an auf ganz nette art und weise als ehrlicher junge mir den hof zu machen seit diesem tage kam er jeden sonntag wieder er war sehr in mich verliebt und ich liebte ihn auch sehr sehr er war früher ein hübscher kerl kurz im september heiratete er mich und wir machten einen laden auf in der rue des martiers ach während der ersten jahre ging es schlecht da mussten wir uns mal schinden das geschäft wollte nicht vorwärts gehen wir konnten uns keine landpartien mehr leisten und dann entwöhnten wir uns dessen allmählich man hat andere sachen im kopf man denkt mehr ans portemonnaie als an die liebelei wenn man kaufmann ist wir wurden allmählich alt und merkten es nicht und waren ruhige leute geworden die kaum mehr an die liebe denken man bedauert nichts weiter wenn man nicht merkt was einem fehlt und dann hervorstand die geschäfte gingen besser und wir waren unserer zukunft einigermaßen sicher und da weiß ich wirklich nicht mehr was eigentlich mit mir vorgegangen ist da fing ich an zu träumen wie ein pensionsmädchen nicht die wägelchen sah worauf in den straßen die blumen feil geboten werden hätte ich heulen können der feilchen duft zog bis in den laden hinein wo ich auf meinem stuhl an der kasse saß und ließ mein herz schlagen ich stand auf und stellte mich in die ladentür um den blauen himmel zwischen den dächern dort oben zu betrachten wenn man so den himmel von einer straße aus beguckt sieht er aus wie ein fluss wie ein langer fluss der in vielen windungen über paris hin läuft und da oben schießen dann schwalben hin wie fische es ist ja dumm wenn man in meinem alter solche ideen hat aber wissen sie hervorstand wenn man sein ganzes leben gearbeitet hat da kommen einem augenblicke wo man plötzlich merkt man hätte wohl auch was anderes machen können und dann kommt die reue ja die reue sehen sie zwanzig jahre lang hätte ich in den wald hinausgehen können und küssen und kosen wie alle anderen wie alle anderen frauen ich dachte daran wie schön es sein müsste dort unter dem lauben dach zu liegen mit jemandem den man liebt und jeden tag dachte ich daran jede nacht ich träumte sogar lange vom mondschimmer auf dem strome bis mich beinah die lust überkam mich zu ertränken zuerst hätte ich das meinem mann gar nicht sagen dürfen ich wußte nur zu gut dass er sich über mich lustig machen und mir sagen würde verkauf lieber zwirren und nadeln und dann ums nur zu gestehen hatte mir herr boran auch nicht mehr viel zu sagen und wenn ich in den spiegel sah begriff ich doch dass auch ich niemand mehr was groß zu sagen hätte da fasste ich einen entschluss und schlug ihm vor wir sollten eine landpartie dorthin machen wo wir uns kennengelernt ohne sich etwas dabei zu denken nahm er an und da kamen wir diesen morgen so gegen neun hierher als das getreide uns umrauschte war mir ganz wundersam zumute ganz anders ja so ein frauenherz wird nicht alt und ich sah wahrhaftig meinen mann nicht mehr so wie er jetzt vor mir steht sondern so wie er einstmals war das kann ich ihnen versichern hervorstand ich war wahrhaftig betrunken wie betrunken ich fing an ihn zu küssen und er war erstaunt darüber als hätte ich ihn ersticken wollen er sagte immer fort du bist ja verrückt du bist ja verrückt was hast du denn nur heute früh aber ich hörte nicht auf ihn ich hörte nur auf mein herz und ich drängte ihn in den wald und da geschahs er vorstand ich habe die wahrheit gesagt die reine wahrheit der vorstand war ein mann von geist er stand auf lächelte und sagte liebe frau gehen sie in frieden und zündigen sie nicht wieder im walde ende von im walde gelesen von hokus pokus